Ja, dann mache ich mal einen kurzen Kuchen für die Sophia. Den willst du jetzt machen, den Kuchen? Ja. Maria? Ich würde dir gerne helfen. Ja. Ausgerechnet du. Ja, ich weiß. Ich, äh... Wahrscheinlich musst du mir ganz viel helfen und ganz viel zeigen. Ja, gut. Ach so, ja, ja, ja. Passt das schon? Danke. Das war's. Maria, ich meine es ernsthaft. Paul, ich mache diesen Kuchen jetzt wirklich schon lange. Ich weiß. Ich weiß. Ich fände es schön, mit dir etwas zu machen. Und wenn du diesen Kuchen backen willst, dann wäre das ja eine Gelegenheit. Und, wie gesagt, ich weiß, ich kann nichts in der Küche. Und du musst mir ganz viel helfen. Und vielleicht kann ich was lernen dabei. Und das wäre doch schön. Ich ziehe mir sonst mal... Paul, ich kann das allein. Mir wäre es wichtig. Mit dir zusammen. Kannst du mir ja sagen, was wir machen müssen. Ja? Komm. Ich wasch mir mal die Hände. Ein bisschen Seife. Ja. Ja. Ich war zuerst hier. Och. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020